nehm ich auf nehm ich auf nehm ich auch ja ich nehme auf hallo liebe leute sonne und freunde der berge und was passiert was was für freunde ihr noch seid ja herzlich willkommen zu meinen neuen aufnahmestation von rage ja vorigen bei vorigen aufnahmestation haben wir ein paar ghost typisch dingenskührender kräftig in den arsch getreten und ja jetzt wollen wir ein paar neue medikamenten für uns sagen den hagen unser alter suchtkopf der uns einmal gerettet hat okay jetzt gehen wir schätze auto wo müssen wir optieren ja genau der minimap oder bei minimap sieht man das ganz schön hallo ok ok jetzt geht es auch ein bisschen rund hier aha ok ein bisschen da ja ich bin so cool drauf könnte langsam weder eine waffe gebrauchen aber okay jetzt geht es aber wieder und hier mit der sache okay ja lieber auf die textur ladet sich etwas länger auf aber egal ich soll meine daraus beirrt sein ja du hast du hast einen Genau, was ich mir anliegen. Ja! Stimmt doch! Stirb! Okay. Ja, werden wir noch mal bis jetzt. Okay, ja. Oh. Hey, ich hab's nicht im Kopf gezielt. Wer ist der? Uh. Okay, willst du mich anliegen? Ach, du hast keine Chance um mich, du Ascher. So, okay, jetzt geht's mal rund hier. Weil du hast wie lange ich aufnehmen? Ja, bestimmt nicht länger, weil ich hab's nur... ...Crisis nur na... Huh? Der Loo. Der Loo. Okay. Oh. Ähm. Shit house in the toilet, oder was? Okay. Egal. Okay. The shitting in the toilet ist sicherlich... Ah! Okay. Äh, Clown, 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 Clown. Ah, da geht's weiter. Was steht da? Pissing, oder was? Egal. Ähm, ja. Egal, lieber eigentlich länger, viel länger aufnehmen, damit... ...damit, äh, die ganze Woche schön voll produziert worden ist. Aha, da geht's nach oben. Aha, okay, okay. Zuerst müssen wir jetzt, äh, den Radar-Ding ins Kiel noch befestigen. Oder? Keine Ahnung. Äh. Okay, da geht's dann wieder runter. Äh. Oh, keine Feinde. Was ist denn jetzt los? Ihr Lieben. Achso, na. Was ist zu? Na, bist du? What the? Wow. Wow. Du Assi. Wow. Scheiße. Wow. Stab. Wow. Was seid ihr denn da für Assis? Wow. Fick. Zeug. Äh, bist du... Hallo? Okay. What the fuck? Ja, leck's mich doch fett. Ey. Boah, ey. Gibt's denn das? Was war denn das? Ist jetzt so... Äh, 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 beschwore. Äh, bitte. Äh, hat's gemacht. Äh, wow. Alter, wie schwul... Okay. Nur weil ich das immer schwul sagen, ist halt, was doof. Äh, wo geht's? Aha. Aha, okay. Perfekto. Perfekte Matcha. Matcha, 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 matcha. Hier, Geronimo! Ja, hey, das ist auch cooles Service. Service hier. Das habe ich jetzt schön fein gemacht. Äh, ja, ich will aber mein... mein Cross-Bike... ...will ich gerne haben. Ah ja, ich kann ja auch sprinten. Habe ich ja komplett vergessen. Jawohl. Okay. Jetzt, wir hast... Extreme sliding. Sliding. Okay, das habe ich jetzt auch vergessen. Okay, jetzt zu Richter. Okay, jetzt Clown. Das war jetzt geil. Das war so epic, ey. Huch. Ach, seitdem war es natürlich. Aha, okay. Äh, Moment. Kurz. Ja. Aha, okay. Gut zu wissen. Mutanten war das gerade. Ich wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Sprich mit Janus. Sie will wissen, was du gefunden hast. Ja, bitch. Jetzt gibt's aber jetzt gar... Alter, das ist doch eine geile Shotgun. So was will ich ja in real... ...real life auch haben. Hehe. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt. Aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank. Und Hals und Beinbruch. Oh, du hast erste Bauanleitung erhalten, um sie zu benutzen, öffnen im Baubildschirm deines Inventars. Okay. Aha. Ah, das heißt, ich kann schon die ersten... Äh, bau alles. Okay, cool. Danke, Oma. Gibt's ja noch etwas? Was denn? Sie haben die erste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Okay, danke für die Warnung. Nein, no, warum ladet die Texturen so langsam? Ah, okay. Können wir uns darüber nicht beirren lassen? Ja. Okay, die hat zuerst schon... Was war das jetzt gerade? Egal. Hast du was mir reden? Hast du was mir reden? Okay, aber am liebsten würde ich das gerne mit dem Mutanten machen. Hier, Mutanten-Alarm. Äh, was muss ich denn überhaupt machen? Fahrer nach Norden zum Hügel beim Ghost-Unterschlumpf. Ah ja, genau, da haben wir die Typen kräftigen Arsch getreten. Ist gut. Aha, okay. Äh, hallo? Ja, ja, okay. Äh, okay. Äh, jawoll. Das ist richtig, richtig, richtig fett, das alles hier. Und ich freu mich schon auf meinen eigenen Buggy. Okay. Okay. Wow. Okay. Oh man, ey. Ich liebe dieses Spiel, ey. Darüber habe ich echt komplett Spaß daran, es zu spielen. Okay. Okay. Okay.